Das ist das Spiel des Lebens. Um im Spiel voranzukommen, brauchen wir also eine Richtung. Wir setzen uns also ein Ziel. Danach benötigen unsere Ziele Energie, damit sie in Erfüllung gehen. Diese Energie bekommen sie mit unserer Aufmerksamkeit. Wir fokussieren unseren Blick auf den Gipfel und laufen los, ohne groß vom Weg abzukommen. Nehmen Umwegen in den Kauf, aber am Ende, nachdem wir alle Probleme gelöst haben, kommen wir an der Spitze an, als kompetente Gipfelstürmer.